Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute, wie ihr es auch im Titel gesehen habt, heute werde ich mal mein Gesicht zeigen und ja, so. Kommt dann, ich zähl runter. Drei, zwei, eins und... Hi Leute, das bin ich. Ja. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ich, also eine Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte ihr mir gebt, wie ich aussehe und ja. Und Leute, Montag, Dienstag und so, da sind keine Videos gekommen, weil, nee, nicht Montag. Montag ist ein Video gekommen, aber Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nicht, weil, ähm, da war Bayram, also Zuckerfest, eher gesagt. Ähm, und deswegen... Deswegen kommt heute ein Video, also dieses Vlog, morgen und am Montag kommen dann zwei Videos. Und wenn ihr wollt, also der Aiden ist auch da, also ihr könnt den leider nicht hören, aber ich kann den hören, hier meine Kopfhörer. Ja, er sagt auch Hallo und ja, er zockt gerade Fortnite und ich zockt FIFA. Und Leute, ja. Wenn euch das Video gefällt, dann drückt den Like-Button und den Abonnieren-Button. Und, ja. Wie ihr jetzt auch gesehen habt, ich werde heute FIFA zocken. Ja. Wartet mal, ich muss ganz kurz die Kamera stellen. So, wartet, meine Kopfhörer sind rausgeflogen. So, Leute, meine Kopfhörer sind ganz kurz rausgeflogen. Jetzt werde ich FIFA zocken. Und, Leute, hier, wie ihr es sehen könnt. Hier, das ist meine Mannschaft. Und wenn ihr wollt, dass mit Aiden ein Vlog kommt, dann könnt ihr, da könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Da könnt ihr auch Aiden's Gesicht sehen. Und, ja. Da fangen wir mal an zu spielen. Mal gucken, wie seine Mannschaft ist. Ja, nicht gut, nicht schlecht. Also, wie meine. Nur meine ist ein bisschen besser. Also, zwei Rating, wenn ich schwöre. Trotzdem. So. Und abseits. Und der Aiden schreibt gerade, Junge, ich habe drei Kills, was willst du? Und, Leute, sein Kill-Rekord ist fünf. Wie schlecht kann man sein? Ja, sein Kill-Rekord ist vier, hat der gesagt. Ja, der ist wenigstens ehrlich, Leute. Und ihr könnt auch Aiden's Kanal, äh, in den, also, unten habe ich das gelinkt. Da könnt ihr auch Aiden abonnieren. Und weil er ehrlich ist, lasst den armen Typ mal ein Abo da. Ja, Leute, er hat gesagt, er ist arm. Aber der hat sich eine PS4 ausgeliehen von seinem Freund. Ja, Leute, der arme Typ. Leute, er lasst gerade aus. Er hat gesagt, du kleiner Hund, du kannst nix und so. Und, er sagt jetzt, natürlich, habe ich es gesagt. Er hat gesagt, äh, willst du meinen Arsch lecken? Er hat gesagt, ja. Ja. Äh, mein Nachbar rastet gerade aus. Ich glaube, Türkei hat eins kassiert. Deswegen habe ich auch ein Türkei-Trikot an, weil heute Türkei gegen Frankreich spielt und die führen schon 1-0. Ja. Ja, der Aiden hat auch gesagt, ja, ich dachte 1-0. Ähm. Ja, der Ball ist weg, so. Mein Nachbar hat geschrieben, nein, Mann, ich glaube, Türkei hat leider das Tor verschossen. Egal jetzt, ähm, ist mir jetzt egal, was Türkei macht. Also, wir konzentrieren uns auf FIFA und auf YouTube. Und, Leute, der Aiden hat gesagt, wenn wir die 100.000 Abonnenten knacken, da darf ich ihn töten. Also, Leute, deswegen knackt die 100.000 Abonnenten jetzt voll. drückt den Like-Button in 5 Sekunden. Und jetzt wird drunter gezählt, euer Liken und Abonnieren. Zeit. 5, 4, 3, 2, 1. Und wenn ihr mich abonniert habt und, und dieses Video geliked habt, geliked habt, dann, ähm, ja, dann nix. Also, und wir führen 1-0, Leute. Hier. Und, Leute, ähm, der Ehrendraste glaubt komplett aus. Ja, er hat seinen Controller weggeworfen. Der hat gesagt, der hat 4 Millionen HP, aber in Ernst. Er hat gesagt, er schickt mir, er hat gesagt, er schickt mir ein Video. Nein, ich glaube, Türkei hat eins geschossen, mein Nachbar rastet aus. Der schreibt da so, ja! Also, keine Ahnung. 2-0 für Türkei Bahn, Mann, Junge. Der Cengiz Ünder, der gute alte Roma. 2-0, Leute. Schreibt da auch in die Kommentare, für wen ihr seid. ja, Türkei rasiert auf jeden Fall. Jetzt ist seine Mutter gekommen. Man hört's schon. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, dass er ausgerichtet ist. Aber, scheiß jetzt auf dem Spiel. Wir konzentrieren uns. Ja, was wirst du eben? Er hat gesagt, bist du eigentlich schlau? Ja, ich bin schlau. Ja. Er hat gesagt, wenn du noch einmal meinen Arsch leckst, ich schliefe. Okay, Leute, ich verrasch ihn gerade. Oh mein Gott, seine Eier sind gebrochen. seh's im Video an. Er hat gesagt, seine Hogen sind gebrochen. Leute, ab 18 werbefreundlich. Der hat gesagt, was haben wir in Sachen Fachinterricht gelernt? Ne, er hat gesagt, was haben wir in Deutsch gelernt? Er hat gesagt, unsere Lehrerin hat gesagt, das heißt, kein Pimmel, also das wurde jetzt sensiert und 2.0 und kein Boden. Ja. Das heißt, Boden, keine Eier. Und das wurde jetzt bestimmt sensiert. Ich weiß nicht, ob das sensiert wurde. Müssen wir mal den Kameramann fragen. Aber der Aiden hat gesagt, man kann auch Eier im Kühlschrank haben. Echt, hat er gesagt. Ja, wenn du deine ähm ich fühl grad 2.0, ey. Was will der von mir? Und Leute, wenn ihr auch wollt, dass ich mit Twitch anfange, da lasst ein Like da. Und schreibt's auch in die Kommentare. Und Leute, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben und ich hab's auch ein bisschen verraten, wie alt ich bin weil man kriegt ja normalerweise, also ich sag's euch jetzt schon mal, ich bin ein Viertklässler. Also da könnt ihr jetzt raten, wie alt ich bin. Also es gibt ja nur zwei Alters, also zwei Alter, die ich überhaupt sein kann. Zehn oder elf ratet. Ja, okay. Deinen. Okay. Leute, ich schlasee ab da hat. Und Leute, wenn ihr auch wollt, dass ich auf Spiele live reagiere, dann schreibt das auch in die Kommentare. Oder wenn so weitere Vlogs kommen sollen. Leute, es ist gerade halb 10 und wir zocken immer noch. Nein, warum hab ich denn da gepasst? Egal, wir führen eh 2-0 Leute. Nach dem Spiel werde ich das Video beenden. Ihr habt auch mein Gesicht gesehen. Das war halt das Thema des Videos heute. Und es kommen auch so weitere Vlogs wie das. Aber ich weiß nicht, ob dieses Video heute oder morgen hochgeladen wird. Wenn das morgen hochgeladen wird, da kommen morgen 2 Videos. Also das kann sein, dass es heute hochgeladen wird und morgen auch. Und ja, da kommen, wenn das nicht hochgeladen wird, morgen 2 Videos. Am Sonntag ein und am Montag dann wieder ein. Die erste Hälfte ist vorbei. Türkei gegen Frankreich. Ach! Jo, ja, 2-0. Leute, das liegt auch daran, dass ich Türkei-Fan bin, weil ich selber Türke bin. Und Leute, 3-0. Der muss eigentlich jetzt aufgeben. Ich weiß es nicht. Ja, 3-0. Ja, Leute, er hat aufgegeben. Und ja. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Like da und drückt den Abonnieren-Button. Wenn ihr weiter so Vlogs wollt, da drückt den Like-Button und schreibt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.